20 Jahre Selbsthilfe Tirol. Der Dachverband der Tiroler Selbsthilfegruppe konnte im Forum in Ruben sein Jubiläum feiern. Über 150 Vereine und Gruppen sind dem Dachverband angeschlossen und Präsidentin Maria Grander kann nicht nur zahlreiche Ehrengäste auf der Bühne begrüßen, sondern freut sich auch über viele Teilnehmer aus den unterschiedlichen Gruppen. Für musikalische Stimmung sorgen unter anderem der KfL-Chor und die Musikgruppe Null Problemos. Auch zählt die Tombola, bei der viele Preise als Bilder präsentiert werden, zu den Höhepunkten des Abends. Mit der Präsentation des Films Selbsthilfe wirkt, gibt es einen interessanten Einblick in die Tätigkeit der Selbsthilfegruppen. Wir dürfen Ihnen diesen Film in den nächsten Tagen in unserem Programm präsentieren. Präsidentin Maria Grander und ihr Organisationsteam dürfen sich über einen äußerst gelungenen Abend freuen.